Es ist fein, genau! Einen donnernden Applaus zum Trainingsauftakt bei uns hier in Westende. Herzlich Willkommen! Mein größter Respekt ist unser Showblut Albu, dass Sie wirklich Ihren Worten nachgekommen sind und haben sich bekennt hier zu Ihrem Club und das macht mich am meisten stolz, dass Sie ihn hier in diesem Sinne, das Ding wirklich anfallen können. Was ich in Duisburg gelernt habe, ist eben die Ärmel hochzukämpeln und wenn man eben hinfällt, eben nicht lieben zu bleiben, sondern eben wieder aufzustehen und positiv in Zukunft zu blicken. Ich glaube auch, da haben wir eine Verantwortung gerade den Menschen gegenüber in der Stadt Duisburg, wo die hier Heads haben für den MSV Duisburg, das dann auch wieder zu tun.